Die Mama sagt, ich bin selber schuld, weil mich hätten es bei der Militärmusik in Wien sicher auch genommen, weil ich so musikalisch bin. Was hätte ich dort spielen sollen? Blockflöte? Eine Militärkapelle mit Klavier habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt haben sie mich zur Grenze geschickt, Burgenland, ganz unten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.